Meine lieben Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde Schönberg, im Deutschen Bundestag setze ich mich mit aller Kraft und viel Engagement für Sie ein. So habe ich für die Gemeinde Schönberg unter anderem die Förderung des St. Michael-Kindergartens durch das Bundesprogramm zur Kinderbetreuung in Höhe von 500.000 Euro erreicht. Ich möchte auch künftig für Sie da sein und bitte daher sehr herzlich bei der Bundestagswahl am 26. September wieder um Ihr Vertrauen und um Ihre Stimme. Ihr Stefan Mayer